ja moin leute was geht denn jetzt willkommen zu einem fc mobile video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit armen start seid und ja wir gehen rein in der neue video gestern kann man das video zu erneut online vielleicht ist nicht gesehen habt gerne mal abchecken da habe ich mir ronaldo im stream holt in aller echten ronaldo also den brasilianer an der stelle noch mal hier erwähnt die nächsten stream gibt es auch nächste woche ist ja schon montag ist ja schon wieder montag diese bucht und ausdauer 19.30 zeit gern wieder mit am start wir gehen wieder ein schönes to die pack opening wird geil hoffe ihr seid mit ja von der party und genau wir gehen heute rein habe ich auch schon gestern video angekündigt in umtauschpacks und sei gibt es ja neue umtauschpacks die werden wir heute machen erst aber noch mal hier ganz locker in das toti hier habe ich noch 15 ich muss hier mal wirklich jetzt durchziehen wie gesagt dieses pack will ich einmal mindestens haben mindestens einmal zwei wird schon schwer aber ich werde alles probieren genau das jetzt aktuelles wochenende genaues kreis das heißt man hier doppelte belohnungen da warst du mich cool ist da können wir eigentlich was das hier ins gespielt sammelt objekte ja kommen gehen wir mal in den sammeln objekte mal gucken wie ich mich da schlagen werde genau ich habe heute richtig auf den neuen umtausch weil ich habe schon gesehen ja das kann schon ziemlich kann schon ziemlich geil wenn es jetzt war ja 92 bis 94 glaube ich und man hat auch unter anderem die chance ein u2 zu ziehen weil es gibt ihren 94 alison ist ja zum beispiel dabei mutter die vom pong ist glaube ich noch nicht da ne sonst wird es ihnen da auch geben aber so ein alison wäre natürlich heftig jungs und mädels und alison wäre natürlich heftig den würde ich direkt verkaufen mal gucken ich werde mindestens ein machen eventuell noch zwei mal gucken wie das dann so aussieht aber wir haben einiges vor heute das gespiel ist gar nicht mal so einfach kommt sie nehmen ja wohl wichtig wichtig und richtig direkt rein ins nicht nicht im bäck hier ins wächstes gespiel hier durch jawohl und darum der 95 wurde jetzt auch wieder entfernt ich auch gesehen ja wie gesagt aber einmal gemacht reicht dann auch so kann man das eigentlich dann noch sagen weil wie gesagt der schon der schon ordentlich teuer wenn man da nicht die entsprechenden spieler schon da hatte ich musste mir auch die spieler kaufen und das geht dann schon auch an geld gut ich fühle mich jetzt nicht so beschweren weil ich hatte immerhin noch 300 million aber ein für die leute die jetzt etwas weniger auf der kante haben war da wahrscheinlich ein bisschen zu teuer der umtausch aber egal so jetzt habe ich nicht mit gezählt ich glaube ich habe dreimal das heißt müssen noch einmal ich bin mal nicht sicher 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 ist eigentlich geht das gespiegelt voll sollte mit neymar der so beweglich er perfekt ist glaube ich hier vorbei wo es gerade erwähnt habe wir kommen immer jawohl sehr schön juggel warte mal das wird ein bisschen kritisch das wird sehr kritisch es wird sehr sehr kritisch aber ich habe es auch gemeistert so und nicht anders jawohl sehr schön dann gibt mir jetzt mal meine ganzen belohnungen hier wohl fünf packs ich habe sogar fünf gemacht ja gut egal und da kommt jetzt kriege ich noch diese ganzen dinge her gucken ob wir auch gleich ein level aufsteigen reicht nicht ganz ja aber die 200 punkte nehme ich sehr sehr gerne mit so und fahrt b ist ja auch noch am start ich glaube fahrt b mache ich dann privat oder ja mache ich dann privat hier ganz entspannt ich will mal gucken wie viele dinge braucht also wie viel hier wie viel muss ich mir noch abholen für die nächsten meilen stein drei stück sollte ich eigentlich hinbekommen bei b dann machen wir das direkt auch mal fertig oder dann machen wir das doch direkt hier einmal fertig und holen uns drei stücke aber wir wollen sehr nice sehr 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 nice zack und ja komm den auch noch das sind 50 k minzen somit haben wir das jetzt auch erledigt sehr schön sehr sehr schön und das ist auch noch mal 100k nämlich wird zack 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 ja das können uns auch direkt abholen jawohl haben wir auch gemacht noch mal 100k das ist doch eigentlich sehr gut aus okay ich gucke mal kurz keine neue pflicht und wurde aktualisierten ja nicht dann würde ich sagen gehen wir rein in umtausch dieser 93 bis 94 und man braucht dreimal ja genau genau ja die haue ich jetzt einfach alle da rein und hier ruhe als manche rohrein wie gesagt zwei müsste ich mir noch mal holen weil ich ein rüdiger noch hab von gestern aber hier noch mal genau es gibt die dress budget alison von deich 94 es gibt ein ronaldo stimmt aber ich hoffe ich hoffe wir ziehen toddy ich hoffe wir ziehen toddy das wäre geil kommen wir gehen rein let's go let's go man erster umtausch bitte ein toddy bitte ein toddy toddy wer wild toddy wer wild bitte jawohl ist ein toddy let's go Crespo ne barella barella ah wie viel hat er denn noch mal 83 glaube ich ne 83 wahrscheinlich 93 barella ok ist 9 Millionen wert aber das ist nicht verkehrt oder geht er raus geht er raus geht er raus ah der geht leider nicht raus aber vielleicht ja ok aktuell nicht komm ich mach noch einen jetzt will ich es aber wissen jetzt will ich es aber wissen ich brauch noch 2 in 90er ich hoffe die 90er sind die so teuer die eigentlich nicht ne ja ich könnte mir jetzt einen rüdiger holen ich würde hier schon gerne einen der vielleicht ja kommen hier vielleicht bei 4 Millionen 5 Millionen ja die gehen halt alle die sind halt alle nicht auf dem markt ne 6 Millionen ist hier so ein dann gehe ich mal trip hier kann ich mir zweimal hoch war das auch bei 7 Millionen wie sitzt hier bei wir sonn aus wo ich mir zweimal wir sonn jetzt geh hole ich mir zweimal wir sonn und dann hoffe ich jetzt mal dass wir da jetzt einen geilen ziehen ey bitte 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 EA komm schon bitte einen geilen spieler jetzt gleich den ich schön verkaufen kann den nochmal ordentlich coins bringen jetzt kriege ich ihn hier nicht oder was ach komm man EA wirklich wollte ich mich komplett verkacken oder was das ist doch schon wieder hier lächerlich ähm Aito ist aber auch teuer ja verdammt man verdammt 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 äh company das ist mit ihm hier ist auch noch einmal Cremaldo komm jawohl Cremaldo bitteschnell bitteschnell Cremaldo ah Cremaldo muss doch jetzt sein oder bitte 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 EA gönnt mir doch jetzt einfach Cremaldo komm schon komm schon komm schon zweimal zweimal jawohl sehr schön so muss das doch sehr schön ok dann das ganze nochmal und jetzt bitte mal was geiles bitte wieder Todi und bitte ähm einen geilen Todi jetzt kochen wir ihn rein Zeit ist back bitte 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 ein Todi komm 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 gönn gönn die EA es ist nein es ist Winter Wild Cards ey man wer ist es ähm gündo gan wieder 93 der ist 9 Millions wert also wenn er raus geht dann mache ich auf jeden Fall vielleicht noch einen er geht auch nicht raus ne schade man wenn die beiden raus gehen würden Boah. Ja, dann könnte ich so ein... Ach, ich bin lost. Ich hätte ja Dings noch... Ich kann sogar noch einen machen. Wenn ich Openda... Oh, ich bin dumm. Hätte ich eigentlich direkt mal können. Egal, dann machen wir drei. Ich kann ja meine 89er... Ich glaube, das geht, ne? Wenn ich die trainiere. Hier, Openda. Easy peasy. Kann ich sogar mit einem Openda machen. Weil ich habe so viele Opendas. Da brauche ich sogar keinen Dudek verschwenden. Alter, wie gut. Aber ich brauche drei, ne? Ja, ich brauche insgesamt drei. Dann habe ich schon mal einen. Das Ganze machen wir dann nochmal. Dann habe ich zwei. Also, das müsste doch gehen mit hoch trainieren, oder? Safe. Safe, 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 safe. Wenn nicht, wäre das jetzt komplett lost. Und jetzt muss ich kurz gucken, Ruben Dias kann ich auf jeden Fall auch noch machen, weil der auch tauschbar ist. Aber das muss auch safe gehen, oder? Also, trainieren muss doch gehen. Bitte, ja, macht jetzt kein Auge hier. Macht jetzt kein Auge. Das wäre wirklich ehrenlos. Aber ich glaube schon, oder? Oder? Das geht wirklich nicht. Ach du Scheiße. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, es geht. Mein gut, kann ich die vielleicht wenigstens... Ja, guck mal hier. Ich kann ihn immerhin jetzt verkaufen. Gib mir die Million. 1,6. Das ist schon krass, Mann. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, es geht. Wieder was gelernt. Schade, Mann. Dann hätte ich noch einen gemacht. Safe call. Ja, gut. Jetzt. Gute drei Millionen gemacht. Nehme ich damit auch mit. Ja, egal. Ich lasse ihn drauf. Aber schade, Mann. Ich hätte gerne noch einen gemacht. Hätte ich... Hätte ich... Hätte ich nicht gedacht. Aber gut, Freunde. Ich würde sagen, dass ihr gewinn seid mit dem Video. Wenn es euch gefallen ist, gerne ein Like, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns natürlich morgen in ein alter Früchte wieder. Freunde. Macht's gut. Bis morgen. Hau da rein. Und tschau.